Hit Radio FFH, neulich bei den Vögeln. Guten Morgen, Herr Nachbar. Sie sehen ja aus, als wären Sie heute Morgen nicht aus dem Nest gekommen. Ich habe gestern einen gezwitschert. Wo waren Sie denn? Im grünen Baum. Typisch Schnapsrossel. War wohl ein Korn zu viel. Was haben Sie denn da an den Flügeln? Ich habe mich mit Federweißer bekleckert. Wenn es nicht rausgeht, probieren Sie es doch mal mit Red Bull. Wieso? Der Verleitflügel. Neulich bei den Vögeln. Nur bei Hit Radio FFH.